Und da sind wir auch wieder zurück bei The Forests und ja, Freunde, wie ihr seht, fangen wir von vorne an, leider, weil der neue Patch ist draußen. Wir spielen jetzt auf der Version 0.06 und ja, weg mit dem Pedometer. Erstmal ja alles looten. Die Anzeige unten rechts ist auf jeden Fall schon mal anders. Hat sich ein bisschen was gemacht auf jeden Fall. Das Flugzeug knarrt vor sich hin. Die Anzeige ist irgendwie komisch. Irgendwie so viel dunkler. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich, aber scheißegal. Ne, und zwar sind Neuerungen gekommen, soviel ich weiß, es ist sogar ein neuer eingeborenen Stamm, also ein ganz neuer Stamm. Irgendwie sieht das alles ein bisschen... Irgendwie sieht das alles unspektakulär aus als vorher. Kommt zumindest so vor. Die Sträucher sehen irgendwie komplett komisch aus. Moment, da muss ich mal kurz was gucken. Ähm... Ja, auf jeden Fall besser. Die waren irgendwie ziemlich komisch, alles aus. Naja. Ähm... Wo war ich gerade, wo war ich gerade? Es soll einen neuen eingeborenen Stamm geben, mit neuen Einwohnern auch. Und wie... Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, vielleicht glaube ich auch gerade so scheiße. Aber wie ich das verstanden habe, sollen die sich untereinander auch irgendwie... Weiß ich nicht, nicht so gut verstehen oder angreifen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich es auch komplett missverstanden. Aber auf jeden Fall gibt es neue eingeborene. Das auf jeden Fall. So, erst ein paar Blätter klar machen. Und dann schleunigst... Moment. Die nehmen wir noch mit. Wir sind ja so... Bombenbauer. Und ja, äh... Ja, natürlich liegt da direkt das Dorf. Was ist denn mit dem Wasser los? Oh, alter. What the fuck? Warum spiegelt das so komisch? Warum ist hier kein Gras? War das schon immer so? Das war ja nicht immer so. Was ist mit dem Wasser los? Ne, jetzt geht's. Was ist denn mit dem Wasser los? Irgendwie ist es anders. Ach, ne, kriegen wir unendlich Wetter. Auch nicht schlecht. Ja, immer gerne. Irgendwie ist das Spiel ein bisschen anders geworden. Die kann ich nicht essen. Und wo sind die ganzen Tiere hin? Okay, da hinten sind schon wieder Eingebrochene. Ich gehe einfach mal diese Seite her. Keine Ahnung, was hier gerade schon los ist. Also ich finde... Wo sind die ganzen Tiere? Hier kommt jetzt wieder das Gras. Ich meine, so schön ist es sowieso nicht wegen den Grafianstellungen. Sonst leckt es zu sehr, aber irgendwie ist das doch komisch. Hier war unsere erste Base. Ne, Betonung auf wahr. Ach, guck mal an Tiere. Ein Lurch. Ach, Ding. Ey, läuft doch. Ey. Ich hing gerade irgendwie im Boden fest. Willst du bitte stehen? Dankeschön. Aber hier bauen wir natürlich nicht nochmal. Das wäre ja ein bisschen lame. Wenn wir an der gleichen Stelle bauen. Ich hätte so ehrlich gesagt keine Lust nochmal an der Stelle anzufangen, wo wir jetzt aufgehört hatten. Da habe ich jetzt irgendwie auch keinen Bock zu. Und nochmal die ganze Mauer dahin zu ziehen. Ich habe Eingeborene. Es ist alles so... Es ist so anders. Die ganze Grafik. Die ganze Grafik. Ah, es was erscheint ja noch in Ordnung zu sein. Da haben es überhaupt nichts... Nichts schlimm ist zumindest gemacht. Ach, guck mal an. Die haben wir auch wieder. Und die können wir, glaub... Ja, die können wir essen. Sehr schön. So, da können wir auf jeden Fall noch nicht hin. Die Map ist noch nicht in der Alpha vorhanden. Soviel ich das weiß. Stein nehmen wir natürlich mit. Hier wieder ein Kunstwerk. Super Lative. Ja, wo ist er denn? Oh. Da hat er nicht. So ein paar Lurche wäre ja nicht schlecht. Also irgendwie kommt das Spiel gerade komplett anders rüber als vorher. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es so. Und die Stelle hier kenne ich noch gar nicht. Glaube ich zumindest. Okay. , ich weiß nicht, das ist ein bisschen so. Und da ist das. Okay. 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 Tja, die große Frage, wo bauen wir, wo bauen wir? Hier war ich glaube schon mal. Es kommen mir zumindest bekannt vor, so das nehmen wir natürlich mit, uch, ne, das hier. Den Stein nehmen wir auch mit, den auch, okay, wir haben genug. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Da ist ein, alter, ein riesiges Dorf. Ne, da will ich jetzt noch nicht rein, ich hab kaum Ausrüstung. Nicht mit mir. Da ist ja auch noch ein Haus, alter. Auch noch, lol. Voll die fette Hood am Start. So, was machen wir hier? Einen Tümpel, einen See. War ich hier schon mal? Das kommt mir alles komisch vor. Was haben wir denn hier für Büsche? Noch nie gesehen. Auch unendlich Blätter anscheinend. Und grad war das Spielding am Hängen, keine Ahnung warum. Was haben wir hier? Was ist das? Das ist Wasser. Das sieht total komisch aus. Und ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wo ich bin. Oder weiß ich's doch? Doch, ich weiß, wo ich bin, glaub ich. Ja, ich weiß, wo ich bin. Hier hatte ich auch schon mal irgendwann mal gebaut, aber ich glaube nicht aufgenommen. Das war noch vor, let's play the forest. Ja doch, ich weiß, wo ich bin. Jetzt würde ich aber gerne wieder an den Strand. Ich weiß, dass der Stranddeich da unten aufhört. Deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen hier oben bleiben und nach einem gescheiten Standort suchen auf jeden Fall. Oder geht's hier nicht weiter? Ach, keine Ahnung. Ich hab hier keine Orientierung auf der Insel, wo was ist. Und so weiter und so fort. Also doch, Moment. Der Berg ist ja nochmal die Orientierung für... Keine Ahnung wo. Für Boston? Nee, weiß ich nicht. Ähm, ja. Schwierig. Ich bin ein bisschen ratlos. Ah! Da ist Küste. Auf zur Küste. Ist da auch Küste? Hier ist ein Fluss. Ich glaub, da kann ich nicht weitergehen. Aber ich geh jetzt einfach mal auf zur Küste. Ich mein, da vorne wäre sogar ein eingeborenes Dorf. Was sind das denn für Blätterhaufen? Die sind glaube ich neu. Mit dem Special Unendlich Blätter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich wusste doch, dass da ein Dorf ist. Ich wusste es. War hier nicht mal Wasser? Ich mein, hier wäre Wasser gewesen. Warum ist das jetzt alles so weg? Voll komisch. Voll doof auch irgendwie. Es wäre jetzt so ein riesiger See trockengelegt worden. Ich mein, hier wäre alles Wasser gewesen. Ach, da gibt's hier kaum was zu holen. Das lassen wir lieber. Zu viel Risiko. Was ist hier für eine Pfütze? Ist ja lächerlich. Sieht aus, als wäre hier so ein richtig übles Schlachtfeld gewesen, aber irgendwie komisch. Ich bin ja von dem Patch noch nicht wirklich überzeugt. So, hier haben wir Gott sei Dank wieder eine größere Pfütze. Ne, ich glaube, das ist schon, gehört zum, 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 schon, blablab, ja. Gehört schon wieder zum Meer. Glaube ich. Und Regen. Regen ist immer gut. Der Regen hat uns nicht verlassen. The Forest ist doch noch geblieben, was es war. Aber jetzt sind wir wieder hier. Wie gesagt, ich habe keine Orientierung auf der Insel. Unter Insel eingeborene? Nein. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Leider nicht viel passiert, aber was soll man machen, wenn der Spielstand einfach gelöscht wird? So eine Scheiße. Naja, bis zur nächsten Folge. Ciao.